Der hat den auf den Weltständen zuerst gebeten. Ich würde gerne die Ogres machen. Aber wir sind einfach mit der Partie zu sein. Partie ist fast zu sein. Ja, und wir müssen die Partie. Ich glaube mit der Level 4 Partie könnte jeder machen. Überleg mal, wir werden sauschnell Schäber. Wird schon fast mit Zeichen. Weil so wie der Wobbleck der Forscher wäre schön. Sie machen mir kein Damage. Ja, aber sie bräuchten zwei. Wir bauen zwei davon, ja. Ja, aber wir haben nur einen der vorne ist. Einen der zwischen Damage macht wie ich. Und einen der dann gut geschäppt machen muss. Weil mein Damage ist zwar gut, aber nicht so hoch. Und dann nicht durch. Ja, aber wenn dieser Feuerstein da durchgelaufen ist. Das hat dann was Langeweite. Ich kenne den Film. Nur Ort war das angenommen. Ich kenne den Film. Gegen Ort war das auch angenommen. Obwohl die Gefälle fängt. Allein, weil da kein Chaos ist. Wenn wir das... Ja, wir konnten die in der kompletten Reihe killen. Ohne das sind hinten dran eine Gange. Der Trick ist einfach... Einfach weiter laufen. Und weiter machen vorne. Immer nur vorne. Der Film geht vor gern. Nicht schlecht. Ich hab jetzt einmal richtig dankbar. Ja, weil das ist die Lassen. Nee. Das ist die Lassen. Ach, der ein Schuss durch. Das ist ein Lassen. Was ist denn da? Nee, Sch- Was auch immer. Nein, ich hab jetzt nicht mehr kontrolliert. Ich hab schon mal richtig... Wie ist das Produkt? Harris ist der... Da ist hier immer mehr Fische, aber auch nicht packen, wenn ich komme, wenn ich nicht. Ich bin schon gedrückt. Das war's für heute. Guck mal, wie lang hält denn dein Held? 70 Minuten. Du musst dich dort orientieren, wo ich war. Weil die fehlen nie wieder da ausgelassen. Gibt mir was. Alles in den Held. Ich habe direkt in den Held. Was ist Jakar? Ich bin hier. Ich bin hier. Das war's. Ich bin der Mann, oder? Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Und dann bin ich nur am Heim. Naja. So. Alle im Fallen hat auch keiner gekackt. Naja. Der erste Mal, glaube ich, ist bei Leer. Ach. Leer mal an. Lassen Sie mich auf den Kopf. Ja, für Sie sitzen beim Heim auf dem Heim. Um, uh, um, uh, 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 uh. Warum machen wir hier überhaupt keine Runde, wo wir sagen? Wir können nämlich da hinten wieder raus, du weißt ja wo es da hinten entlang geht, ne? Und den Weg wieder zurück und oben wieder rein. 100 mal besser und sicherer als das. Vor allem würden wir auch instant killen können ohne. Wenn ein Magier neben einem Tee steht, wenn es spawnt, dann wird nicht mehr. Magier braucht Raine. Oder einen der vorne dran ist. Die jetzt ziehen das Tee zu viel ab und halten. Ein Magier, die mit einer Combo macht. Das wäre ja noch recht. Wenn die ersten Kleinen hier mit einer Combo fallen können, dann können wir noch mal reden, dass hier für eine Steine geht. Dann sind sie ja auch schnell weg. Und wie jetzt? Dann müssen wir hier unten weiter. Bei den Zerfis. Da geht es nämlich komplett weiter. Die Runde. Jetzt mal vorauslaufen. Ah! Hier unten hier unten ist es mir. Wurcht. Aber auch zurück, ich vermerk' dich, es gibt überall hinter mir was fort. Weißt du was? Weißt du was? Guck mal! Jetzt werden die langsam. Oh! Hier hinten sind ja auch so viele. Ich glaub dann hat ja gar keine geroppt, oder? Wir waren auch hier. Wir sind hier in Spann Runden hier ausgelaufen Deswegen auch mal Aber das brauchen wir Jetzt ist ein Tief auf Heidelberg zu schief Hier läufts scheinbar Wir müssen Runden laufen Das klappt nicht so gut Ich hoffe das Stirbt keiner Es treffen alle genug an Es klappt ja doch nicht so eine Art Runde Boah, aber wer hat denn den nur die roten Tief? Bei den Tief Alter, das gelaufen ist schon ein bisschen besser Auch wenn es mehr kommt Ja, ist sicher Aber wir sind halt nicht so weit Dass wir unsicher stehen können Chaos heißt immer Meistens brauchen wir Experten Ja Tief durch zu machen Wir können ja auch früher den Weg hier einladen Aber dann Alle da sind Hier links Ja, hinter dem Baum jetzt Genau Guck mal Guck mal wie wir jetzt hier kriegen Sind alle schön voll Und wir werden nicht ab Einde Es wird nicht ab, also In den Moment Es wird nicht ab, also Ja. Aber warum greift sich immer mit an? Zum Beispiel wenn einer nur noch Halt bleibt, Du oder Finschema haben aber Spieche auf, warum heile ich dann nicht? Geh? Einfachste Logik. Die Akku oder nicht? Erstmal ist man die erste Akku intern bestelligste, den Überlebenskarten. Und dann kann man halt schneller, das geht alles schneller, wenn man halt mit dem sein kann. Als Lehrerin. Weil du musst ja auch irgendwie die Leute schützen ein bisschen im Support. Aber auch vom Anglisch. Anglisch gehört auch das. So ist eigentlich. Das ist halt, dass durch Sprechstoffe ein Lichter schon ärgert erkennt, wenn du viel mehr machst. Das gilt auch um. Kann dir viel nützlicher sein, als er selbst manchmal von durchstreißen. Weil ich mach's ja auch gegen. Und von Anfang an. Nix anderes, oder? Ja. Wie ist das eben? Wie ist das eben? Wir haben alle ungefähr gleich ge... Da kann jeder seine Presse halten. Mit 47... Ich hab ja auch bis 3... Man steckt 47. Und? Ich hab keinen reduzierten Ich hätte vielleicht auch mehr gebracht, weil Memories ist wirklich abhängig vom Kraft Es ist mir aber wieder wie Dings wie Déjà-vu eingefallen, weißt du das? Dieser Start hier kommt hier den ersten Mit sauviel auch Also bis er mal angefangen hat, vielleicht mal den Light-Gal als Übergang benutzen für die anderen Videos, damit er schneller geht Das hat er aufschlagen gebaut, das hat er mal gemacht Aber mittlerweile klappt es ja, ne? Überhin so Sachen übernimmt er nicht, weil sie ja nicht zu können Jetzt muss er nur lernen anzufangen, dann haben wir eigentlich einen guten Feri Ja Aber Oma, hat das gesehen, dass der Marcel der jubige war, wo er gepackt hat, hat er es direkt verfechtigt? Ich brauchte damals nur die Buffs Ja, ne, einer von beiden hat er immer mehr mit Ja, ne, einer von beiden hat er immer mehr mit Aber wie es scheint, er ist wirklich viel schneller Ne, ne, ich glaub den Engel hat sich auch Aber ne, du spielst hier Naja Ich brauchte in der Körper aber nicht, oder? Jemand weiß, wie es klappt, dann bleibt er welche Teame Wenn du denkst, dann hast du dir Quatsch